Hallo ihr Lieben, wir als Petrus Gemeinde wollen euch dazu einladen, an unseren Herzstückabenden teilzunehmen. Wir wollen einen Raum und eine Zeit schaffen, in der wir Gott begegnen, Fokus auf Lobpreis und auf Gebet setzen. Wir glauben, dass wir an diesem Abend eine Gottesstimme hören wollen und Gott begegnen, Gottes Handeln sehen. Und wir hoffen, euch alle dabei zu haben. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Größer als Blumen, größer als Angst, größer als Tod und der Wald, größer als jeder Umstand, größer als Angst, mein Gott ist der größte.